Wir gewinnen das jetzt, okay? Wir haben alte Mann-Erfahrung. Shellshock live! Wow! Yay! Wow! Mr. B! Habt ihr eine der neuen Waffen? Es gibt es nämlich 20 neue Waffen! Ich habe alle 20. Ich habe leider keine bekommen. Ich habe auch keine, ich habe null. Au. Au. Aua. Sollen wir Roro Noah? Au. Au, 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 au. Au. Lass uns Roro Noah fokussieren. Make the dream work. Go be over. Oh nein. Oh nein. Ich habe gejoked. Ich habe gejoked. Oder? Ich hätte vielleicht den Boden nicht wegmachen sollen. Ja. Ja, nee. Ähm. Der Kaktus. Oh Gott. Oh, der geht auf dich. Nee, der geht nicht. Nee, 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 nee. Der geht auf mich weiter. Ja, ein bisschen. Oh, ein X3. Oh, oh, oh. Kannst du es mitnehmen? Oh, die Zeit. Warte, warte, waren es da zu kurz. Ich dachte, das ist Action. Vielleicht, vielleicht gibt es einen coolen. wir haben null schaden gemacht wir haben minus schaden gemacht und gott also ich hab nicht mehr als bitte minigames wenn du tot bist so ich das war echt spielen die bälle sind so perfekt einer trifft mich was das mitnehmen ich halte mich jetzt das müsste der doppelteilen ist halt 15 ich habe 15 gehalt zu spät gekommen 15 gehalt 15 gehalt ich glaube es ist hat den multiplikator nicht mit dem was war so eine schockwelle und ich glaube es halt mehr je mehr leute das trifft also erste schockwelle 15 2 zu 3 ja gut ist aber eine sehr gute neue waffe ja ich habe jetzt eingesetzt und ist jetzt ich sterbe jetzt halt also nicht so ich bin jetzt von könnte die runde bis euch doch die leute rauskicken die können eben das gefällt was die kritten aber auch ich krieg die raus ich krieg die einfach alle raus die magische waffe durchs portal und durch das schwarze loch die ich bin du schaffst das ja hä oh close die sind alle hoch von level ne also wenn du fix gold rückt werden wir zerbombt ich wills einmal festhalten okay äh aus aus schauen aus schauen aus schauen wir gewinnen das jetzt lothar fokussieren wir das ganz hinten ja die 20 sekunden aber eigentlich reichen 20 sekunden seite auf youtube guckt doch mal rein aber die zeit wer hat es zu kurz gemacht ich mache kampfschät auch irgendwann runter wenn der wüsste dafür wirklich so schlecht spielen ein zwei drei vier fünf sechs axi merkel axi merkel axi merkel axi merkel ich mache einen teiler come on come on come on come on come on und holt ihr und holt ihr und holt ihr doch oh let's go fünf schaden leute der zuschauer ist übrigens rausgegangen der hat gesagt ihr seid fake und ist gegangen ich habe null schaden gemacht ich habe nicht getroffen wir haben gewonnen das gab mehr erfahrung es gab jetzt 30 erfahrungspunkte wir fehlen nur noch 80.000 ich habe drauf nicht doch ich habe gut schaden gemacht die runde ich verabschiede mich schon mal wir leben beide doch also ich bin gegen die wand geflogen meine hexe mir hat ein millimeter gefehlt zum treffen das ding ist ich werde eh gewinnen allein von der position weil wieso schießt ihr auf mich das trifft so ein bisschen ins schwarze loch ich mache erdbeben ihr fokust mich warum ich mache bfg 1000 oh wie muss ich schießen oh nie oh nie oh nie oh nie oh du wärst oh du wärst oh vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen ich dachte ich kann auf cheadamente fort oh come on wait 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 yes let's go let's go let's go let's go let's go betroffen zu weit zu weit zu weit ja was ist fehler 3000 hallo wie schlecht kann er landen wie schlecht kann er landen was ist mein hobby let's go come on come on ins portal ich finde wir sollten noch eine runde machen und der gewinner von dieser runde ist der könig von shell shock live ach das ist das wait wait mit fünf hp ist du fix der könig von shell shock live ich mach mal kurz noch eine runde mit 100 hp aber mit wind auf full ich will nur gucken ist das nicht der modus wo du null schaden machst es sei denn du machst das mit dem bounce ja dann mal positiv wer von uns soll das hinkriegen ich hab ich im ort wohl äh oh äh bitte nicht auf mich lol lol der wind oh körner wait wait oh oh mein god come on mehr 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 warum haben körner nichts gemacht man was ist denn passiert ist das nicht ein so äh nein kein schick mir ooo du bist full power da wind ist gegen mich so bumm come on oh ich glaub come on eh come on ja 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 let's go nein mein kleblatt hat mich abgekommen der wind hä oh wait was hast du gemacht dieses nicht oh 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 okay gut das ist shell shock live das top spiel vom jahr 2016 äh schaut bei fulles und bei duffix vorbei die lieben das spiel machen auch täglich videos dazu jetzt ab jetzt und dann sehen wir uns bis zum nächsten mal bis dahin dankeschön fürs mitmachen und ciao ich drehe noch am rad kann man ja rechts unten sich abholen ah ja stimmt stimmt boah das glücksrad ich hab drei gekriegt geil das well ich lass mich mal ich maximal bis ein ab und ich zieсь an zwei bis in die